Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Aser der Liebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Baulofildrichstraße eingeschlagen. Von woher kommt der Liebeschuss? Mein Führer hat noch keine Meldung, ich spreche da mit Koller. Holla, geben Sie mir Koller. Holla. Sie wissen nun, dass dein Lieblings- und der Aktiener gefahren ist. Još jedan poga spomeni, pička li ti materina, ti pička materina, razumiš me tebi i oci Amsterdamu. Onom zločincu i zlikovcu, pička ti materina, balava, nepismena, nećeš na mom prezimenu dobivati jeftine poene, džubre jedno smrdljivo. I protiv tebe spodobov, jebo ti i oca Amsterdam mater. Pička ti materina, balava, nepismena. Das sind ja nur zwölf Kilometer bis zum Stadtkamp. Ist der Russe schon so nah? Man müsste wie die ganze Lüfte vom Föder und Schafat aufregen. Das ist unerhört, unerhört. Der Russe steckt zwölf Kilometer vom Stadtkamp. Und ich erfahre das sozusagen auf Machtfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es ja wirklich im Fernefeuer. Sie erbinden eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn!